Willkommen, wie gesagt, ihr findet jetzt auf hinten Getränke. Wir sind sehr froh, heute Roger Benes da hier begrüßen zu dürfen. Roger ist ein Mitglied unserer englischen und balisischen Schwestersektion, der Socialist Party, und ist seit den 70ern aktiv als Sozialist und war in den 70ern Mitglied der Labour Party. War von 1993 bis 2016 im Vorstand von Unison, das ist die zweitgrößte Gewerkschaft in England, und ist 1986 vom rechten Parteipolitik aus Labour ausgeschlossen worden. Er ist seitdem weiter aktiv gewesen in der Socialist Party und hat auch Jeremy Corbyn im Wahlkampf unterstützt. Wir haben ja alle erlebt, oder einige von uns haben verfolgt, dass Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden der Labour Party gewählt wurde, wie es dazu kam und es hat sich danach eine Menge verändert, was sich verändert hat und wie. Dazu wird Roger uns gleich einiges sagen. Vielen Dank für die Nette Rufusel und für die Möglichkeit, bei der Anzeige zu sprechen. Now, perhaps surprisingly, a good point to understand the Corbyn-Phänomen in the UK, a good starting point is in Scotland. Und überraschenderweise ist ein guter Anfang, um über das Corbyn-Phänomen in Großbritannien zu reden, ist in Schottland anzufangen, über Schottland zu reden. And that's not because support for Corbyn in Scotland is particularly high. In fact, support for Corbyn is weaker in Scotland than it is in England and Wales. Und das, obwohl in Schottland jetzt nicht unbedingt die Unterstützung für Corbyn besonders hoch ist. Tatsächlich ist sie in Schottland geringer als in England und Wales. But developments in Scotland during the general election in 2015 pointed the way to the future rise of Jeremy Corbyn. Doch die Entwicklung in Schottland während der Parlamentswanderung 2015 haben den Weg aufgezeigt für die Zukunft von Corbyn. Now, I've been speaking in Germany now for over two weeks. During that time, the political situation in Britain has understandably changed somewhat. Ich rede jetzt in Deutschland seit zwei Wochen auf Veranstaltungen über die Situation. Und seitdem hat sich die Situation in Großbritannien verständlicherweise auch verändert. And there have been significant changes in the political situation in Scotland. And I will say more about those towards the end of my address. Und es gab bedeutende Veränderungen in der politischen Situation in Schottland. Und da würde ich am Ende auch nochmal näher drauf eingehen. But in the 2015 general election, the Scottish Nationalist Party, which in Marxist terms is a bourgeois nationalist party, took 56 out of the 59 parliamentary seats in Scotland. Aber erst mal in den Parlamentswahlen 2015 eben in Schottland, hat die schottisch-nationalistische Partei, was nach einer marxistischen Definition eine bürgerlich-nationalistische Partei ist, 56 der 59 Abgeordnetensitze erreicht in Schottland bei der Wahl. And that totally humiliated both the conservative and the Labour parties. Und das hat die Konservative als auch die Labour-Parteien vollkommen bloßgestellt. And at that time, the Labour Party was led by Ed Miliband, who was what we call a Blairite. Und zu der Zeit wurde die Labour Party noch von Ed Miliband geführt, was also jemand ist, den wir als Blairite, Blairisten, bezeichnen sind. That's the term that we give to right-wingers in the Labour Party, whose policies are like those of Tony Blair. Und das ist ein Ausdruck, den wir dem rechten Flügel und den Personen des rechten Flügels in der Labour Party quasi zuschreiben, die Anhänger der Politik von Tony Blair sind. Milibands Strategie for the election in 2015 was to take Labour to the right and to adopt the policies of economic policies of austerity. Und Milibands Strategie für die Wahlen war, dass er Labour nach rechts drücken wollte, dass er die Austeritätspolitik auch für Labour quasi Geld machen wollte. And that meant that for electors in England and Wales the political choice in that election was limited. Und das bedeutet für die Wählerinnen und Wähler in England and Wales, dass die Wahl sehr eingeschränkt war. It didn't matter which of the main parties you voted for, you were always going to get austerity policies as a result. Es hat nicht wirklich gezählt, welche von den Hauptparteien man nun wählt, weil im Endeffekt man sowieso Austeritätskürzungspolitik bekommen hat. And that strategy was a disaster for Labour. They got the lowest share of the vote in that election than any other election since they first became a national party in the UK. In Scotland, however, the Scottish Nationalist Party behaved in a totally opportunistic manner. In Scotland wiederum hat die Scottish Nationalistische Partei in einer sehr opportunistischen Weise agiert. And it's been said that they stole the clothes of social democracy that had been abandoned by the Labour Party and put them on themselves. Und es wird so gesagt, dass sie die Kleider, die die Labour Party abgelegt hat, aufgenommen haben und sie halt für sich in Anspruch genommen haben. Und die SNP hat gegen Austeritätspolitik Wahlkampf geführt. Das Wahlprogramm der SNP hat beinhaltet unter anderem mehr Investitionen in den Gesundheitswesen, das NHS. Raising higher taxes for the rich. Steuererhöhungen für Reiche. Taking action against zero-hours employment contracts. Also Vorgehen gegen sogenannte Null-Stunden-Verträge. Opposition to nuclear weapons. Opposition gegen Atomwaffen. Und das bedeutet auch, also das beinhaltete Ablehnung des sogenannten Trident-Programms, wo es um Atomubote ging. Reversing cuts in welfare benefits and increasing the minimum wage. Eine Rücknahme der Kürzungen, die bei den Sozialausgaben, also bei den Sozialhilfe, stattgefunden hatten. Und Mindestlohn erhöhung. Da hat sich die Frage offensichtlich gestellt, wenn eine etablierte bürgerliche Partei mit einem linken Programm Unterstützung gewinnen kann, warum kann das nicht ein linker Bündnis haben? Seit Jahren versucht die rechte Führung innerhalb von Labour wirkliche sozialistische linke Ideen von der Partei anzuhalten. Und das ist ein Prozess, der 1980 begann in der Labour Party, wo die Ausschlüsse der damals noch Militant-Tendenz stattgefunden haben. Militant-Tendenz, Vorläuferorganisation der Socialist Party. Und das hat angefangen eben in den 80ern mit der Labour Party in Liverpool damals, wo die ausgeschlossen wurden, die Mitglieder von Militant. Und die Grund für diese politische Wichhunt war, dass die Labour Party in Liverpool die Stadtkanzel mit Militant-Supporten in der Leidenschaft der Labour Party und in der Leidenschaft der Labour-Kansellers-Gruppe und sie kampagten gegen Margaret Thatcher's Cuts in der öffentlichen Expenditure. Und der Grund dafür war, dass eben Militant-Supporter in Liverpool im Stadtrat waren, also dort Labour in den Stadtrat gewählt wurde, Militant dort in der führenden Position agiert hat und sie gegen Margaret Thatcher quasi Politik betrieben haben auf kommunaler Ebene. Sie organisierten Arbeiter-Demonstrationen. Sie haben zum Streik aufgerufen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. In allen Kommunalwahlen in der Zeit sind die Labour-Stimmenanteile in die Höhe geschmelt. Und in the end Margaret Thatcher's Government was forced to give extra finances to Liverpool so the council could make a budget with no cuts in public services and no losses in council jobs. Und gegen Ende musste Margaret Thatcher dem Stadtrat in Liverpool extra Gelder abtreten. Die haben das durchgesetzt, dass ein Budget, also ein Haushalt, angenommen wurde, der keine Kürzungen enthielt. Und nach dieser politischen Hexenjagd, die dort stattgefunden hat, gab es einen Rückwärtstrend bei den Demokraten, also ein Rollback, ein Zurückfahren der demokratischen Strukturen innerhalb von Labour. So measures like the right of local parties to select, or if they wanted to deselect their parliamentary candidate. The right of the conference of the Labour party to decide what was in the election manifesto. Das Recht des Parteitags von Labour darüber zu entscheiden, was im Wahlprogramm von Labour drinsteht. And the right of the Labour party to elect its leaders and parties as a whole and not just leave it to the members of parliament. Und das Recht der Labour, also das Partykonferenz. Und das Recht der ganzen Partei, ihren Vorsitzenden zu wählen, statt dass die Parlamentsabgeordneten darüber entscheiden, wer den Vorsitz der Labour Party in hand. And the militant tendency at that time had played a key role with others on the left in fighting to get those measures adopted by the Labour party. Und die militant tendency, also die militant tendency, war damals in der vordersten Front, um eben diese Sachen against the measures. Um demokratische Maßnahmen und demokratische Strukturen sicherzustehen. Now, shortly in advance of Corbyn's first leadership election in 2015, the right wing introduced a new rule. And what they did was, instead of leaving the election to Labour Party members and the affiliated trade unions, they allowed anybody to pay three pounds, a very small sum of money, to become not a member, but a registered supporter, and then they had a vote in the election. Anstatt dass Mitglieder, beziehungsweise die angeschlossenen Gewerkschaften darüber entscheiden und über den Vorsitzenden abstimmen, haben Sie eingeführt, dass man als registrierter Wähler an der Vorsitzendenwahl teilnehmen kann für eine sehr geringe Summe von drei Punkten. And the idea of that measure was to try and import into the Labour Party something like the American primary election system. Und die Idee dahinter war, sowas ähnliches zu etablieren, wie man das aus den USA mit den Vorwahlen innerhalb der Parteien und den Kandidaten kennt. Where the votes of left-party activists would be swamped by a mass of non-politicized votes, people taking their political ideas from the mass media. However, in an excellent example of what Marx has called a dialectic in action, the opposite was the case. Because that rule change enabled Jeremy Corbyn's first leadership election campaign to become a channel of all the anti-austerity feeling across the country, which wasn't given expression by any of the established political parties. Denn durch diese Regelung konnte die Wut über Kürzungen und über die Politik in die Wahl von Corbyn kanalisiert werden, die sonst von niemand anderem, von keinem etablierten Politiker aufgefasst wurden. So it mirrored what the Scottish Nationalist Party had done in north of the border. It mirrored, it was a reflection. Also, es war quasi eine Widerspiegelung von dem, was in Schottland zuvor passiert war. Over 100,000 people took advantage of that three-pounder vote offer. Über 100,000 Menschen haben diesen Vorteil der drei-fund-Stimme genutzt. Nearly 88,500 von diesen Leuten sie hätten für Corbyn vor Stimmen verkauft. And then when you took into account those votes, the votes of ordinary party members and the votes of members who are part of the Labour Party because their trade union affiliates to the Labour Party, Corbyn achieved 59,48% of the vote. Und wenn man das plus die, also die ordentlichen offiziellen Mitglieder der Labour Party plus die Gewerkschaftsstimmen mit dazu zählt, die bei der wir angeschlossen sind, dann kam Corbyn auf 59,48% der Stimmen. Now, another key factor in that election was that Corbyn took his anti-austerity message direct to the working class. Ein weiterer Schlüsselfaktor in dieser Wahl war, dass Corbyn seine Position gegen Kürzungspolitik direkt zur Arbeiterklasse getragen hat. He spoke at packed meetings all over the country. Er sprach bei vollen Treffen, also ranvollen Treffen im ganzen Land. Many of the meetings were held in the open air because there weren't halls big enough to accommodate all the people that wanted to come to Haiti. And by the end of his leadership campaign hundreds and thousands of people had heard him speak. In the Socialist Party, we welcomed the election of Jeremy Corbyn. But we warned him of the need to take decisive action against his enemies in the party. Doch, wir haben ihn auch davor gewarnt, dass er entschieden gegen die Feinde innerhalb der Partei gegen seine Feinde vorgehen muss. In particular, the majority of Labour MPs opposed Jeremy Corbyn and they were horrified at the election result. Insbesondere die Mehrheit der Abgeordneten der Labour Party, welche gegen Corbyn waren und die von, also wirklich erschüttert waren von dem Ergebnis der Vorsitzwahl. In order to be a candidate in the leadership election, you have to have the written support of 15% of Labour Party members of Parliament. Damit man an den Wahlen zum Vorsitzenden der Labour Party teilnehmen kann, muss man 15% der Stimmen der Abgeordneten von Labour bekommen, also um nominiert zu werden. And initially, Corbyn was having trouble getting that number of nominations. Und zunächst hat Corbyn, also muss er darum kämpfen, dass er diese 15% überhaupt bekommt. So some of the right-wing MPs signed his nomination papers anticipating his defeat. They wanted the Labour Party to look fair and democratic in the eyes of the public. So you can imagine they weren't too happy with the result. So the Labour MPs then set about trying to force a second leadership election where they could withhold their support in the nomination process and prevent Jeremy Corbyn even standing in the election. Und deshalb haben die Abgeordneten in der Labour Party darauf gedrängt, eine zweite Vorsitzwahl durchzuführen, wo sie halt ihm die Nominierung verweigern und ihm damit erst gar nicht erlauben, dort anzutreten. Und sie haben aber einen Fehler begangen, weil quasi, also ein Labour-Vorsitz dauert vier Jahre an und wenn man während dieser vier Jahre eine Wiederwahl organisieren will, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, kann der Vorsitzende der Labour Party trotzdem von sich aus dort auch antreten. Ich brauche keine Nominierung. Seeing those Manövers and Machinations from the right-wing MPs, we in the Socialist Party have called for the restoration of the right of local parties to deselect their MPs. Und auch vor dem Hintergrund, vor diesen Manövern der rechten Labour-Party Teile haben wir halt von der Socialist Party dafür geworben, dass man eben das lokale Labour-Organisation ihre MPs, ihre Abgeordneten wählen und auch wieder abwählen können. Das haben wir halt sehr nach vorne gemacht. One of the problems with Jeremy Corbyn, in our opinion, is that he attempts to appease his political enemies. So he's actually opposed the demand to re-select MPs. The next stage in the MPs' campaign was a stream of resignations of his Shadow Cabinet. Der nächste Schritt in der Kampagne der Abgeordneten war, dass es eine Reihe von Rücktritten aus dem Schattenkabinett gab. Und für eine Zeitspanne von zwei bis drei Wochen gab es eigentlich jeden Tag Leute aus dem Schattenkabinett, die zurückgetreten sind. und genau. They went directly to the capitalist media, made statements saying it was impossible to work with Jeremy Corbyn, he would be a disaster for the Labour Party, the Labour Party couldn't win with Jeremy Corbyn in the leadership, et cetera, et cetera. Sie ging direkt zur bürgerlichen Presse, haben gesagt, sie können mit Jeremy Corbyn nicht zusammenarbeiten, Jeremy Corbyn wäre ein Disaster für die Labour Party. Und das war offensichtlich der Versuch, Corbyn in der Öffentlichkeit zu demütigen und ihm auch seine Unterstützung zu untergraben vor der Wählerschaft. The Labour MPs then had a meeting and moved a vote of no confidence in Jeremy Corbyn, which they won by 172 votes to 14 votes. Die Abgeordneten von Labour hatten dann ein Treffen, wo sie Vertrauensfragen gestellt hatten und dieser Antrag, dass sie kein Vertrauen haben, wurde gewonnen. Also 172 Stimmen dafür, 40 dagegen. And they went home from there to trigger the process for the second leadership election in 2016. Und das war der Ausgangspunkt um die nächste, um die zweite Vorsitzwahl quasi auszulösen, die 2016 stattbekommen hat. But Corbyns opponents in the Labour Party aren't limited to his Labour members of Parliament. Doch Corbyns Gegner innerhalb der Labour Party sind nicht bloß die Abgeordneten der Labour Party. The Labour Party National Executive Committee has shut down or suspended many local Labour Parties because they're left wing. Der Parteivorsitz, der Parteivorstand der Labour Party hat viele lokale Organisationen der Labour Party suspendiert, weil sie links sind. And they've refused membership to many people who want to join the Labour Party because they support Jeremy Corbyn. I live in Liverpool in the northwest of England and just across the other side of the river Mercy from Liverpool there is a town called Wallasey. Ich lebe in Liverpool im nordwesten des Landes und direkt gegenüber des größtesten Mercy gibt's einen Ort, der Wallasey, Labour Party was suspended by the National Executive Council for over two years. Und für zwei Jahre wurde die lokale Organisation in Wallasey von dem Parteivorstand der Labour Party halt suspendiert, nicht zugelassen wird, die Bunde. I understand. Just before I left Britain to come here to Germany, the offices of the party received a letter from the National Executive Council. And the letter said that the NEC was prepared to lift the suspension of the party provided they gave an assurance that they would take no steps whatsoever to deselect their right-wing MP. New members of the Labour Party are increasingly demoralized at the state of the party they find at local level. They face deep hostility from established right-wingers in the party. Very often they find that they join dead parties that don't meet. often stellen sie einfach fest dass sie einer Partei vor Ort beigetreten sind die sich eigentlich nie trifft. And on that basis a substantial number of them have come and joined our party the Socialist Party. Und das ist die Grundlage dafür dass viele von denen zu uns gekommen sind und der Socialist Party beigetreten sind. We've advised them yes join us by all means but remain in the Labour Party in case there are developments there that you can take part in. Und wir sagen ja auf jeden Fall treten sie bei uns bei aber bleibt auch in der Labour Party falls es Entwicklungen gibt um dort halt daran teilzuhören. In local governments in Britain the Labour Party is a total disaster. Auf lokaler Ebene in Großbritannien ist die Labour Party ein komplettes disaster. In the former industrial heartlands Labour's heartlands the councils are controlled by right-wing councils northwest of England Scotland north east etc right-wing councils control nearly every city council and town council. in den ehemals industrialisierten Zentren von Großbritannien also in Nordosten Nordwesten da dominieren und kontrollieren halt rechte Labour Teile die lokalen Stadträte und also Kommunen. they carry out cuts in local services on behalf of the Tory government with barely a whisper of protest. Sie setzen dort Kürzungen durch an den lokalen Dienstleistungen die von der Tory von der konservativen Regierung vorgegeben werden werden und also wird so hingenommen. In Britain's second biggest city in Birmingham the Labour council has recently been in dispute with the refuse collectors is the guys that empty the bins for weeks and weeks over a program of compulsory redundancies. And after weeks of all our strike the council went to the trade union and said we're prepared to withdraw the redundancy notices and we will rip up our report of the proposed cuts in the service and we will negotiate with the trade union where we go from here. The Labour council. Und nach einer Woche im Streik der Stadtrainingung ist der Labour Stadtrat zur Gewerkschaft gegangen und hat gesagt wir können darüber reden wir verhandeln mit der Gewerkschaft und genau. So the union and the workers voted to call off the strike on that basis. Und auf der Grundlage hat die Gewerkschaft also die Mitglieder der Gewerkschaft dafür bestimmt den Streik zu enden. Just a few weeks later the council sent out redundancy to the workers renaised totally on the agreement that they made. Nur einige Wochen später hat der gleiche Stadtrat quasi trotzdem die Entlassungsbriefe rausgeschickt. So Labour in local government creates hostility at local level and very low turnouts in local elections as low as 15% or less. Als Tony Blair noch Vorsitzender der Labour-Party war, da ist er zu seinem reichen Freund gegangen, hat den halt erzählt und hat halt um Gelder geworben und ihm gesagt, ihr könnt Labour finanzieren. Das ist überhaupt keine gefährliche Partei mehr, da gibt es keine sozialistischen Ideen mehr. Und diese Gruppe wurde nun mit einbezogen, um gegen Corbyn Stimmung zu machen. Einer von seinen Freunden hat die Labour-Party vor Gericht gezerrt und versucht dort durchzusetzen, dass für die zweite Vorsitzwahl eben Corbyn, wenn er antreten möchte, diese 15% Nominierungsstimmen der Abgeordneten von Labour bekommen muss. Doch selbst ein kapitalistischer Richter wollte das eben nicht unterstützen. In fact, he ordered the millionaire to pay the Labour-Party's legal costs as well. Tatsächlich hat er den Millionär angewiesen, die Kosten des Gerichtsverfahrens an die Labour-Party auszuzahlen. Aber all these manoeuvres of the right wing have did them no good whatsoever. In the second leadership election, Corbyn's vote increased to 61,8%. In response to the election of Corbyn, a socialist party called for the establishment of a left-based grouping with Labour-Party members and non-Labour-Party members to support and defend Corbyn, what we sowed as inevitable attacks upon. In response to the election of Corbyn, the socialist party has been appointed for a group to build up a group that both the Labour-Party and the people outside of the Labour-Party can close together to organize for Corbyn's support. And the movement was launched that called itself Momentum, but it was generally hostile to non-Labour-Party members. Eine Bewegung wurde ins Leben gerufen, die Momentum heißt, und die aber allgemein generell sehr feindlich gegenüber nicht Mitgliedern der Labour-Party war. And it's either in some areas it refused to admit Labour-Party members to membership, in other areas it said, well, you can join, but you can't vote. Und das war dann so, dass in einigen Orten den Nicht-Mitgliedern der Labour-Party verboten wurde, Momentum beizutreten. Und in anderen Teilen wiederum gesagt wurde, ihr dürft innerhalb von Momentum, habt ihr kein Stimmrecht. And Momentum over the last two years has declined both in size and influence. In fact, it's now split with internal dispute. So there are two Momentum groups. Und tatsächlich hat sich jetzt über die Zeit halt Momentum sowohl in der Größe als auch an ihrem Einfluss extrem, also es ist extrem runtergegangen und steht auch vor internen Streitigkeiten und Spaltungen. And we believe that that represents a tragic missed opportunity for the left in the UK. Und unserer Meinung nach ist das eine tragische Entwicklung, weil da halt eine Möglichkeit für die Linke in Großbritannien verpasst wurde. We've also argued that those Socialist Party members who've previously been expelled from the Labour-Party should be readmitted. Wir haben außerdem gesagt, dass die mittlere Socialist Party, die ausgeschlossen wurden aus Labour, wieder in Partei gelassen werden. Und wir haben dafür beworben, dass es der Socialist Party erlaubt ist, sich Labour quasi organisiert anzuschließen, wie das auch andere Gruppen innerhalb der Labour-Party, die es innerhalb der Labour-Party gibt, machen. 75 members of the Socialist Party, who've been expelled from the Labour-Party, including myself, jointly wrote to the Labour-Party and sought re-admission on that basis. 75 der ausgeschlossenen Mitglieder der Labour-Party, inklusive Deutschland, haben der Labour-Party einen Brief geschrieben und haben um wieder Zulassung in die Partei, genau, dafür war das eingefordert. But that request has been refused. Doch, diese Bitte wurde abgelehnt. Now, the nature of these attacks on Corbyn have understandably focused attention on organisational matters. Der ganze Hintergrund, die Natur dieser Angriffe auf Corbyn hat die ganze Frage nach Organisation in den Vordergrund gerückt. But it's equally important, and for a Marxist group, more important, also to consider and respond to Corbyn's policies. Doch genauso ist es wichtig, und für Marxisten noch wichtiger, sich auch auf Corbyns Politik Antworten zu finden. And whilst it's true that Corbyn is probably the most left-wing leader Labour has ever had, his policies are characterized as being left-reformist or keynesian. And in general terms, they are based on using state intervention in the economy to stimulate demand and to create economic growth. Und sie basieren vor allen Dingen auf der staatlichen Intervention in die Wirtschaft, um die Nachfrage zu erhöhen und somit halt wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Now, of course, we welcome any move away from neoliberal economic policies. Selbstverständlich begrüßen wir jeden Schritt, der weggeht von der neoliberalen Wirtschaftspolitik. But at the same time, we have to point out that those policies are aimed at reforming capitalism and not at replacing capitalism with a socialist economic system. Doch zur gleichen Zeit müssen wir herausstellen, dass seine Politik darauf abzieht, den Kapitalismus zu reformieren und nicht ihn zu ersetzen durch eine sozialistische Wirtschaft. Und da muss man auch wahrnehmen, dass es auch neben Corbyn andere Kräfte gibt, die nach keynesianistischen Maßnahmen rufen, unter anderem einflussreiche kapitalistische Kräfte. So, the International Monetary Fund has recently called for increased data expenditure through public works and pointed out that current interest rates would facilitate that kind of policy. Der Internationale Währungsfonds hat auch kürzlich unter anderem für mehr staatliche Interventionen in quasi öffentlichen Dienst und so geworben und herausgestellt, dass es die niedrigen Zinsraten, die es im Moment gibt, die so eine Politik, also die neoliberale Kürzungspolitik, die so Ketanismus erleichtern würden. Ja. Now, the IMF clearly has its own reasons for that policy reversal. Der IWF hat sicherlich seine eigenen Gründe für diesen Politik. Reality about little effect on reviving the world economy. Er ist sich anscheinend sehr wohl bewusst, dass die Kürzungspolitik einen sehr geringen Effekt auf die Wiederbelebung der Weltwirtschaft hatte. Das ist sich auch der Tatsache bewusst, dass wenn man diese Politik weiterführt, dass das eben zu sozialen Unruhen und zu Wut führen kann. In der gesamten entwickelten Welt ist die Arbeiterklasse mehr und mehr angewidert von den konstanten Attacken wegen der Unsicherheit von unsicherer Beschäftigung, Niedriglöhnen und Mieser Sozialhilfe. In the United Kingdom, in the years between 2008 and 2016, wages fell by 10%. In Großbritannien zwischen 2008 und 2016 sind die Löhne gefallen um 10% gefallen. And public services have been cut so much that many of them are in danger of disappearing altogether. Öffentliche Daseinsfürsorge wurde so zusammengekürzt, dass teilweise vor dem Verschwinden stehen, also einige Bereiche. We have over a million people dependents on food banks. Über eine Million Menschen sind auf Organisationen wie die Tafel angewiesen. In reality, they are the modern version of the soup kitchens of the 1930s. Und tatsächlich ist das die moderne Version der Suppenküchen der 1930er Jahre. Und der IWF hat recht, diese Situation kann Stimmung der Wut hervorrufen, die das Potenzial hat, den Kapitalismus selbst herauszufordern. Now, Corbyn's policies call for the restoration of funding that's been cut from the National Health Service and from other public services. Corbyn ruft dazu auf, diese Kürzungen zurückzunehmen, die am Gesundheitssystem stattgefunden haben, aber auch bei anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. A 10-pound-an-hour-minimum wage forderten 10 Pfund pro Stunde Mindestlohn. The renationalization of those parts of the National Health Service that have been privatized. Die Wiederverstaatlichung derjenigen Teile der Gesundheitsversorgung, die privatisiert wurden. And the renationalization of the railways. Und die Wiederverstaatlichung der Bahn. In respect of the railways, he's calling for them to be renationalized only when the current commercial contracts expire. Allerdings, in Bezug auf die Verträge mit der Bahn, da fordert er quasi, die Bahn zu verstaatlichen, nachdem die aktuellen Verträge auslaufen. Und er wirkt auch für die Etablierung einer nationalen Investitionsbank, die sich 500 Milliarden Pfund leihen soll, um mit diesem Geld Infrastruktur und sozialen Wohnungsbau zu finanzieren. His renationalization demands are based on compensating the existing private owners. That's something we oppose. Corbyn has campaigned against the European Union all of his political life. Corbyn hat während seines ganzen politischen Lebens gegen die Europäische Union Kampagnen gemacht. When we have the vote on Brexit last year, he reversed his position and called for a remain vote. Doch als wir die Abstimmung zum Brexit letztes Jahr hatten, da hat Corbyn sich umgedreht und für Verbleib aufgerufen. And while I've been here in Germany, he's called for the Labour Party to lead a campaign for what's known as a soft Brexit. That means an arrangement that keeps the closest possible economic ties with the European Union. Und während ich hier in Deutschland bin, Herr Corbyn, zu einem sogenannten weichen Brexit aufgerufen. Das heißt, so viele wie mögliche Verbindungen ökonomischer Art, die es da gibt, beizubehalten beim Austritt. My includes remaining in the single market beyond the two-year notice period. Und das bedeutet auch, nach den zwei Jahren, die jetzt vereinbart wurden, weiterhin im Binnenmarkt der EU zu verbleiben. And if he pursued that policy, he would undoubtedly lose the support of millions of workers. Wenn er diese Politik fortsetzt, dann wird er ohne Zweifel die Unterstützung von Millionen von Arbeiterinnen verlieren. Die Socialist Party sieht die Europäische Union als ein politischer und ein Handelsblock an, der im Interesse der kapitalistischen Klassen der EU, also von Europa agiert. Und die Institutionen der EU sind gegen die Arbeiterklasse gerichtet. There have been rulings from the European Court of Justice, for example. You might want to google these when you get back home later. The Viking case and the Laval case, which seriously undermined the right of trade unions to collectively bargain the rate for the job of their members. Es gab unter anderem Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die unter anderem von Viking und Laval, die Regelungen, die dort getroffen wurden. Die könnt ihr nachgoogeln, wenn ihr heute nach Hause kommt. Die aber im Endeffekt, um es zusammenzufassen, die Rechte von Gewerkschaften geschwächt haben, unter anderem das Recht, einen Tarifvertrag auszuhandeln. So, during the Referendum, we campaigned for an exit vote. Unter anderem deswegen haben wir während der Kampagne des Referendums für einen Austritt aus der Europäischen Union gewonnen. But despite the limitations of Corbyn's political program, the capitalist class still fear him getting to power as Prime Minister. Trotz des beschränkten Programms und der beschränkten Politik von Jeremy Corbyn, fürchtet die herrschende Klasse trotzdem, dass er an die Macht kommt. They recognize that the surge of working class support that he has could push him beyond his current limited political program. Sie fürchten, dass die Welle der Unterstützung, die er im Moment von der Arbeiterklasse erfährt, ihn weiter als seine bisherige Position drücken kann. And a Corbyn-led government, even committed to the limited program that he stands on, would face immense pressures from the capitalist class. Und eine Corbyn-geführte Regierung, die unter seinem Programm halt agiert, würde sofort extrem großen Druck von der kapitalistischen Klasse erfahren. The actions of the International Monetary Fund and the European Union against the working class movements in Greece give an indication of the kind of pressures that Corbyn could face. And there are also similar lessons to be learned from the current situation in Venezuela. Es gibt außerdem ähnliche Lehren, die aus der Situation in Venezuela gerade gezogen werden können. And in a crisis of that nature, only the working class themselves, determined, organized and with a clear socialist leadership, could guarantee success. In einer Krise wie solch einer, kann nur die Arbeiterklasse entschlossen, organisiert, mit einer klaren sozialistischen Führung, den Erfolg in so einer Situation garantieren. Now, at the moment, Corbyn's opponents have been pushed back, particularly after the German election. Im Moment sind die Gegner von Corbyn mussten zurückweichen, besonders nach den letzten Wahlen in Großbritannien. When Theresa May called the election, Labour was 19% behind the Conservative Party in the Opinion Votes. Als Theresa May die Wahlen eingerufen hatte, lag die Labour Party in Meinungsumfragen 19% hinter der konservativen Partei. Hope the Tories and the Blairites in the Labour Party anticipated a humiliating defeat for Corbyn in the election. Sowohl die Tories als auch die Blairites innerhalb der Labour Party haben vorhergesehen, dass es eine beschämende Niederlage für Jeremy Corbyn sein wird. And for the Blairites, they saw that as given the basis for them to take the Labour Party back. Und für die Blairites wäre das die Grundlage gewesen, also für sie nach ihrem Plan, um die Labour Partei aus Jeremy Corbyn's Händen zurückzuziehen. Aber sie haben sowohl die Stimmung innerhalb der Arbeiterklasse falsch eingeschätzt, als auch das Phänomen von Corbyn selbst. The Tories in the election lost 13 seats. Die Tories, die Konservativen, haben 13 Sitze nach der Wahl verloren. Labour hat 30 zusätzliche Sitze bekommen. And Labour's share of the popular vote across the whole of the election was only 2,3% behind the Tories. Und der Stimmenanteil von Labour landesweit lag nur 2,3% hinter denen der Tories. The Tories lost their parliamentary majority. Die Konservativen haben ihre Parlamentsmehrheit verloren. And they shot the nation by entering a pact with the democratic-unionist party based in Northern Ireland. And this party is a bigoted, homophobic, sectarian-protestant party. Und diese Partei ist eine homophobe, also religiös-fundamentalistische Partei, protestantisch geprägt. And few people expect the Tories to last very long on this basis. And they expect a Labour victory in a general election very soon. Es gibt sehr wenige, die glauben, dass die Tories sich in ihrer Position halten können. Verallgemeinert wird eher geglaubt, dass in der kommenden Neuwahl Labour an die Macht kommt. An opinion poll published, whilst I've been here in Germany, now puts the Labour lead at 5% ahead of the Tories. Während ich in Deutschland war, hat eine neue Meinungsumfrage in die Labour-Partei 5% vor den Tories gesehen. But Corbyn still attempts to appease his opponents in the Labour Party. Doch. Immer noch versucht Jeremy Corbyn, seine Gegner innerhalb der Labour-Partei zu befrieden. The latest example of this is that the Labour-Partei conference meets later this month. And there is an amendment going forward to reduce that 15% of MPs needed to nominate a leader to 5%. Ein kürzliches Beispiel davon ist, dass es auf dem nächsten Parteitag von Labour einen Antrag gibt, diese 15%-Regelung bei der Nominierung zu den Vorsitzendenwahlen zu reduzieren auf 5% der Abgeordneten, die in der Nominierung zustimmen müssen. Corbyn's right-hand man, an MP called John McDonnell, has said that they are considering withdrawing that amendment, because they don't think they've got a problem anymore with the MPs. Und Corbyn's right-hand jedoch, John McDonnell, der hat gesagt, dass sie jetzt im Moment darüber nachdenken, diesen Antrag wieder zurückzuziehen, weil sie im Moment überhaupt kein Problem mit den Abgeordneten haben. Now, over the past few years, the Socialist Party has been instrumental in forming an electoral alliance, the Trade Unionist and Socialist Coalition, or TUSC. In den letzten Jahren war die Socialist Party mit dabei, die einer Wahlallianz mit zu organisieren, die Gewerkschafter, also Koalition der Gewerkschafter und Sozialisten, Trade Unionist and Socialist Coalition, kurz TUSC. Und wir haben das gemacht mit einer der linkesten Gewerkschaften in Großbritannien, der Gewerkschaft der Schienenarbeiter, und wir haben das gemacht mit einer der linkesten Gewerkschaften in Großbritannien, der Gewerkschaft der Schienenarbeiter, und mit anderen linken Gruppen und linken Einzelpersonen. Und wir haben das gemacht, weil während der Zeit, als die Rechten in Labour die Oberhand hatten, wir wollten, dass während der Wahlen sozialistische Politik in die Öffentlichkeit kommt. In den Wahlen in diesem Jahr hat sich TUSC dafür entschieden, keine Kandidaten gegen Labour-Kandidaten aufzustellen, weil wir kein Hindernis für Corbyn für seinen Sieg in dem Weg legen wollten. Und wir wollten auch nicht Teile der Arbeiterklasse damit verwirren und sie von Corbyn quasi abreden. Aber das bedeutet nicht, dass wir mit der Labour-Partei zusammen Wahlkampf gemacht haben. Wir nahmen an den Grundgebungen von Corbyn teil, haben Zeitungen dort verkauft und Flugblätter an Tausende enthusiastische Menschen ausgeht. Viele von euch haben vielleicht gesehen, dass die riesigen Menschenmassen, vor denen Jeremy Corbyn beim Glastonbury Rockfestival gesprochen hat. Und er hat gesagt, dass er ein größeres Publikum hatte als die Rolling Stones. Und es ist vollkommen richtig, dass über die letzten zwei Jahre Corbyn eine Menge von Leuten einfach motiviert hat. Young people, workers, unemployed and trade union activists. Junge Menschen, Arbeiterinnen, Arbeiter, Arbeitslose, Gewerkschafter. Doch dieser Enthusiasmus ist nicht vor allem auf seinem Programm begründet. Viele wollen einfach nur was anderes haben. Nach den Jahren des Zynismus über den politischen Prozess. Viele heißen das Willkommen, was man die Wiedergeburt der Linken nennt. Und sie heißen auch uns und unsere Ideen, unsere Teilnahme daran Willkommen. Und obwohl Corbyn jetzt zweimal die Wahl zum Vorsitzenden gewonnen hat, gibt es immer noch einen Bürgerkrieg innerhalb der Labour Party, der nicht gelöst ist. Es sind zwei Parteien in einer. Und ich habe über Schottland gesprochen am Anfang der Einleitung und würde jetzt noch was zu den Entwicklungen sagen, die passiert sind während ich hier in Deutschland bin. Denn um die Unterstützung, die Basis für Labour auch in Schottland wieder aufzubauen, hat Jeremy Corbyn jetzt die letzten Tage in Schottland verbracht, um dort Labour aufzubauen. Und wie sonst? Auch im ganzen Land hat er auch dort massen von Menschen angezogen, die enthusiastisch aufgrund seiner Ideen waren. Und letzte Woche ist die Vorsitzende von, also die Führerin der Labour Party in Schottland, Namen habt ihr gehört. Sie hat also abgeschritten, dass das irgendwas mit Jeremy Corbyn zu tun hatte, aber es gibt kaum Menschen, die das ernst nehmen. In der Tat fürchtet sie eigentlich, bei der nächsten Wahl zum Vorsitzenden innerhalb der Labour Party von einem Corbyn unterstützenden Kandidaten herausgefordert zu werden. In den letzten Jahren gab es in Großbritannien eine Grenze für die Lohnerhöhungen der Angestellten im öffentlichen Dienst von einem Prozent. Und ein paar Tage vorhin hat die Schottische Nationalistische Partei angekündigt, dass sie diese Ein-Prozent-Regelung quasi, ja, in den, ja. Und natürlich wollen sie der wachsenden Corbyn-Unterstützung in ihrem Land einen Schritt voraus sein. Kürzlich in London gab es ein Treffen von der Labour Party, um den Kandidaten für den Stadtrat zu bestimmen. Die vorherige Kandidatin war eine rechte, also vom Blair-Klügel, die Kandidatin, und sie wurde abgewählt und dafür eine Kandidatin vom Corbyn-Lager gewählt. Und die Schwester der abgewählten Kandidatin hat eine der Unterstützer des Corbyn-Lagers physisch angegriffen. Die Polizei musste gerufen werden und hat sie in den Radar genommen. Und dann, die Person, die sie verabschiedet, hat entschieden, dass sie nicht so weit gehen wollte. Und sie ging zur Polizei und fragte sie, sie ohne Anruf zu verabschieden. Und die Person, die angegriffen wurde, hatte dann gesagt, okay, so weit muss es jetzt endlich kommen, ist aufs Revier gegangen und hat gesagt, mach, mach mich locker. Denn die Polizei wollte sie der Götterverletzung am nächsten Tag anfangen. Wenn ich das gewesen wäre, dann hätte ich das die Polizei mal machen lassen. Doch die Polizei hat unter folgenden Bedingungen zugestimmt, dass die Angreiferin dann einen Entschuldigungsbrief unterschreibt an Corbyn oder an die angegriffene Person. Und wenn das auf der Polizeistation passiert, dann ist das okay. Und das hat sie auch gemacht. So wenn ich über den Bürgerkrieg in der Labour-Party rede, dann spreche ich nicht nur in Bildern. Wir glauben, dass eine Spaltung innerhalb der Labour-Party wahrscheinlich ist. Und laut der neuesten Medienberichterstattung versucht gerade Tony Blair bei seinen reichen Freunden von Tür zu Tür zu gehen und für die Gründung einer neuen Partei zu finanzieren, dafür zu werfen. Und das ist Anhaltspunkt dafür, dass die Blair-Rights es aufgegeben haben, diese Partei für sich, also versuchen, die wieder zu erobern, sondern auch in Betracht ziehen, eine neue Partei zu bringen. So, der Kampf ist auf gar keinen Fall vorbei. Und politisch ist die Situation alles andere als klar, also was als nächstes passieren wird. Doch bei uns in der Socialist Party haben wir die Position, dass wir jeden Schritt der Arbeiterklasse, auch wenn es auch nur ein Millimeter sein sollte, quasi die Richtung der Politik für sie unterstützen. Doch gleichzeitig zeigen wir auch die Schritte auf, die für die Arbeiterklasse nötig sind, um mit dem Kapitalismus zu brechen und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Bei der es nicht um kapitalistische Gier geht, sondern um die menschlichen Bedürfnisse. Das ist ein Piddy, es geht nicht in Deutsch. Er sagt, dass ich das auf Deutsch hinkriege. Und es ist auf dieser Basis, dass wir Jeremy Corbyn unterstützen. Und das ist die Grundlage, auf der wir Jeremy Corbyn unterstützen. Unsere Unterstützung ist nicht bedingungslos. Wir würden niemandem bedingungslose Unterstützung geben. Wir geben Jeremy Corbyn kritische Unterstützung. Wir unterstützen ihn, wenn er von den Rechten angegriffen wird. Denn wir glauben, trotz der Schwächen, die wir in Corbyns Politik sehen, wenn Corbyn zum Premierminister gewählt werden sollte, würde das die Tür öffnen für riesige Fortschritte für die Linke. Und insbesondere für die Arbeiterklasse in Großbritannien in Richtung Sozialismus voranzuschreifen. Und nach Jahren von neoliberalen Policien, Thatcher- und Blair- und Blair- und Policien sehen, und nach den Jahren neoliberaler Politik, Thatcher- und Blair-Politik, gibt es den Punkten Hoffnung, dass eine andere Politik möglich ist. Und start to take important steps towards a socialist society. Und dass wir die wichtigen Schritte jetzt gehen in Richtung der sozialistischen Partei. Danke, Herr Kollege. Applaus